Hier nun der Nasdaq und der ist relativ schnell abgehandelt, weil die Welle 4 hier, die hatten wir bei der letzten Analyse hier oben schon bereits gesetzt und dann war noch diese Welle 2, die wir hier oben jetzt gerade sehen, ich gehe da mal etwas näher ran, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht 100%ig klar, beziehungsweise diese Welle 2 hier, da hatte ich dann hier diesen blauen, diese blaue Box gemacht. Die hat jetzt hier Ende gefunden, im Bereich um 71%, so sieht es derzeit aus, wenn wir jetzt keine neuen Hochs machen, dann gilt das auch so. Wir sind jetzt erstmal größer unterwegs, das mache ich mal hier in dieser Welle 1, in den Bereich 11.676 und der Weg dahin führt dann über diese 5er Bewegung hier im Kreis. Im Stundenschatz sehen wir das, so das ist in etwa der Weg, Sekunde, das muss ein bisschen verteilt werden. So, ja, hier die Welle 3, die jetzt unmittelbar zu Ende entweder geht oder gegangen ist, das werden wir jetzt sehen. Das hier wäre eine perfekte Ausdehnung, aber die darf jetzt auch hier schon zu Ende gegangen sein. Danach gibt es nochmal einen Rücklauf in der Welle 4 und anschließend in die Welle 5. Die Welle 4 im Bereich 12.370, die Welle 5 bei 11.989. Hier sind noch Änderungen möglich, abhängig davon, wo die Welle 3 endet. Das heißt, der Handel, den Sie machen, erfolgt nicht aufgrund dieser Eldert-Wellen. Die geben nur die Richtung vor, aber nicht das Timing und den genauen Ein- und Ausstiegszeitpunkt, weil hier Varianzen drin stecken bei den Ausdehnungen und Rückläufen. Dazu bedienen Sie sich dann bitte dieser Indikatoren. Wir schauen auch dazu mal kurz in den 15-Minuten-Chart rein. So, hier ist eine 2 und hier sind wir, die Unterwellen lassen wir jetzt hier mal weg. Wir sehen es alleine anhand der Indikatoren, es geht jetzt mal kurz nach oben. Ein Indiz dafür, dass die 3 zu Ende sein darf oder kann. Ja, allerdings, wir sind auch hier jetzt vor der roten Cloud, was gerne im Bereich von Korrekturen wie der Welle 4 passiert. Ich lasse aber jetzt vorläufig die Welle 3 hier noch stehen, damit wir uns erstmal anschauen, weil der Markt ist ja geschlossen und da passiert momentan noch nicht allzu viel, damit wir erstmal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir sind jetzt schon auf einer sehr, 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 sehr kleinen Ebene hier unterwegs. Aber wir sehen gerade, dass alle Indikatoren quasi eng zusammenlaufen und wir hier einen kleinen Rücksetzer kriegen nach oben und das können Sie anhand dann der Candles und so weiter beobachten. Wir sollten aber dann abwarten, bis der sich wieder hier gesammelt hat, der Markt, und dann wieder runter geht. Und dann warten wir wieder auf die schwarzen Candles und auf die Indikatoren, um dann möglichst die nächste längere Bewegung mitzunehmen. Und das war es auch schon jetzt hier vom Nestec. Alles Liebe vom Frank Schuh. Und dann? Vielen Dank.